heiho und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und königsmacher freunde zu majesty gold hd mod anmachen und dann laden wir das spiel vom letzten mal live worth of chrome ach ja und ich delete mal die beiden save sie brauchen wir ja nicht mehr und laden wir verfolgen So. Oh. Kaum komm ich rein, sterben, Leute. Viele Leute. Na, ob du den Oculus, den Oculus kriegst du doch weg. Oh, da sind's schon wieder, die Jungs. Oh, sehr schön. Ich kann... Tats Collector. Halt! Halt! Tats Collector. Oh, pretty Star. Ich kann meine Discord-Warrior ausbilden. So, ich wollte hier noch irgendwo ein Guard-Haus dorthin bauen. Wie sieht's eigentlich mit meiner... Ich hab keine Ranger-Kelte. Ist gut so fest, ich hab keine Ranger-Kelte. Wart. Wallen, zwei Te window! Ich bin weg. Und raus! Wart. 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 Kann ich den Ranger-Gehner irgendwo hinbauen, wo sie sicher ist? Oh, da kommt schon wieder eine Welle. Und wieder. Warum sterben mir die Leute weg? Das ist gemein. Oh, sehr viel Geld. Oh, das war ein Wachtturm. Ich glaube, die haben das Problem, sie kaufen... Nicht sonderlich viel. Ich glaube, ich mache mal einen normalen Warrior. So, da ist wieder jede Menge Geld. Ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich... Oh ja, bitte, hol da hinten die Steuern mal ab. Hat er das Geld? Ja, er hat das Geld, er muss jetzt nur noch einen ankommen. Ähm... Okay, da hinten hat er... Wieder was entdeckt. Hm, drei Guard-Haus brauche ich. Sovereign! Sovereign! A building has been upgraded! Okay. Das Problem ist wirklich, die kaufen keine Heiltränke und nix. Die Discords, Moria. Das ist wahrscheinlich eher der Grund, warum ich auf die anderen gehen sollte. Und ich muss meine Schmiede verbessern. Und ich muss das Gordhaus verbessern. Pestilenz und Decay. Ach, Mist, ich hätte meine Stadtwache jetzt fast halten können. Das Gate ist immer noch da oben drin. So. Im Augenblick läuft's gut, muss ich sagen. Außer, dass mein Tax Collector halt keine Steuern einsammeln will. Ich muss doch gucken, dass ich den Palast upgradee. Was ich einen dritten Tax Collector kriege. Und damit... I serve with pleasure. One step closer. Sovereign! A building has been upgraded! Halt! 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 Das war ein Warrior. Da sind wieder die Quorm-Jungs. So, machen wir mal das Ding da drüben weg. So, jetzt haben wir mehr Tax Collectors. So, ich kann jetzt auch... Ich könnte mal eine Statue irgendwo hinpflanzen. So, um die Moral meiner Leute zu steigern. Und dann irgendwo ein Moonheart-Tempel. Da erhöhe ich mal, dass die etwas mehr Geld kriegen. Oh, nebenbei. Das waren beide... Das Gebäude wurde aufgebaut. Discord-Warrior. Das ist noch ein Friedhof, okay. Und wir können jetzt nur noch... ...Jungs-Ausbildung. Ein ruinierter Schrein. Okay. Oh, jede Menge Geld hier oben im Marktplatz, das ich jetzt zum Gute geschrieben kriege. Das ist lustig, wie da die Skelette... ...Ausschwirmen. 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 Zertig. Fortschrack. Seitdem. Der Sie da sind. Ich bin ein Mann. Ja. ...Auswirmen. Das ist verletzend. Sosivaru! Sosivaru! Sosivaru!